Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Chicken Horse Ultimate, nee, Ultimate Chicken Horse und beim Wasserfall. Hallöchen, ihr drei komischen Fallenbauer, ich grüße euch. Hallo. Meine Süßerei. So, dann wollen wir doch mal den Wasserfall starten, oder? Da bin ich ja mal gespannt, was die Karte drauf hat. Bestimmt nur gute Dinge. Ich finde euch toll. Ich liebe euch. Alle habt ihr das gar gesehen? Ich habe noch nichts gesehen. Was ist denn? Alter! Alter, ey, Maulig. Fuck, welcher Spaß war das jetzt? Ey, bitte, bitte mach den Stein da irgendwo hin, Jules. Hier, zum Unterfallen, damit ich das hier zum drüberlaufen machen kann. Damit man hier irgendwie drüberkommt. Ja, ja, ansonsten ist das doch total behindert. Das war eine gute erste Runde. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich euch liebe und das Spiel auch echt super mag. Und ja, dann kam sowas. Also wir brauchen auf jeden Fall hier oben noch einen Stein, ansonsten geht da ja gar nichts. Ja, genau, mach mal so, Jules. Das ist super. Da der andere Stein gleich wegbröckelt, ne? Was ist hier gerade passiert? Wer war das? Ich habe das nicht gesehen. Ich glaube, es hat das Schultz. Ja, wahrscheinlich der Niklas, weil der Fusel hat ja den Holzblock sehen. Hier war der Holzblock, weil der Stein ja gleich weg ist. Ich habe das Stahl. Ich habe das Stahl. Ja, ja, nimm das alles. Ja, keine Ahnung. Wie hast du das denn gemacht? Wie bist du denn hingekommen? Jetzt kommt da gar nichts. Suck my dick, wie hast du das denn gemacht? Unglaublich. Ich habe nicht gesehen, wie du dich da durchgebeamt hast. Keine Ahnung. Boah, danke. Danke. Wo setzt du hin? Ich würde hier irgendwo, damit man hier leichter rüberkommt ein bisschen, würde ich jetzt hier hinsetzen, denke ich mal. Natürlich ein witziger Mal, das hier ist. Aber das sind wir da zu einfach jetzt, ne? Ja, 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 zu einfach, ja, ja. Ja, da muss einer vor der Geben sterben. Da müssen wir aber nur zu und so einer sterben. Nein, okay, ich bin da. Nein! Meine eigene Waffe, ich Idiot. Ja, weißt du, was fies ist? Wenn es einer klug anstellt, kommt nur einer hoch. Ich bin ja nicht so, ne? Sprinten. Kommt der Fuß, lauf hoch. Ja, natürlich. Nö, ja. Hallo! Ich glaube, du musst springen. Mal so. Ah ja. Krass, ich bin letzter. Ich habe mit vielen gerechnet, aber damit nicht. Ich sehe schon wieder Jules, was der da wieder für komische Ideen hat, ey. Wir alle warten, was wir machen. Sehr geil. Ähm. Ja, so. Oh, Niklas. Das soll ja auch eine wenige Herausforderung werden, ne? Scheiße. Fuck doch, mein scheiß Arschloch. Jetzt Konzentration, Fussel. Mach und stolz, mach und stolz, Fussel. Komm. Alles fürs Chippen, alles fürs Ei. Halt, immer dieser Druck. Halt, immer dieser Druck. Ja, der Fussel kann das nicht. Mit Druck kann er nicht umgehen. Der wird jetzt so umgeboxt, sage ich euch. Ich glaube es auch. Der kriegt so einen auf die 12. Alter, Fussel, was machst du da? Jetzt kannst du, tretier dich mal. Spring! Oh, eine Maschine. Warum fliegt die eigentlich in der Luft, die Pflanze? Oh, ich bin Underdog. Geil. Ich habe fast Herz, ja? Ey, fuck my life, ey. Na genau. So. Wie ist es so ein Spass zu dieser Fussel? Wow, 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 wow. Wow. Zaubert Schuels. Gerade noch Gerella, ey. Zauber Gerella. Da hat das rote Pferd. Ich einfach. Ja, ist klar. Ist klar. Mit Münze, Alter. Unglaublich, so was. Ne. Die Runde ist irgendwie gar nicht meins. Scheißdreck, ey. Ist geil, Niklas. Sehr, sehr geil. Hey, mach es oben drüber. Na gut, das steht alles vorbei. Ich glaube, das Thema mit der Einfachkeit hat es auch gerade erledigt. Ach komm, ich bin auf dem scheiß Honig fast geklebt. Ich wünsche denen echt alles Schlechte nur noch. Schön, wie ihr im Duett da drüber springt. Das ist doch mal Choreografie. Ach, danke, Gorilla. Nein! Oh, nein! Nein! Bum, bumm. Ein, was denn? Zaubertrillz. Fuck my life, ey. Starge Leistung, starge Leistung. Ich wollte es noch mal eigentlich spannend machen. Ja, 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 ja. Scheiße, ich bin so am schwitzen, Leute. Aufräumen. Hier wird so aufgeräumt, sag ich dir. Jetzt mach ich so. Ich bin so ein Idiot. Ich hab gedacht, die springen das da oben auch mit weg. Hey. Warum? Wo kommt das Ding denn jetzt her? Fick dich! Durch, durch. Unglaublich, dieser Jules. Unglaublich. Ey, das war doch... Du wurdest auch so von dieser Glocke da ungeboxt. Scheiße. Ja, scheinbar nett, ey. Jules, Respekt. Sehr gut gemacht. Props. Cheats sind das. Kinder, das Cheats. Wallhack. Wobei ich es natürlich am allergeilsten fand, als Fuselito gewonnen hat. Das war ja... Sollen wir nochmal? Komm, direkt nochmal. Damit wir hier, ne? Komm, dein Nummer, Waterfall. Leicht zu üben. Ist ja reine Übung hier. Da geht's ja um nix. Ja, genau. Hier geht's doch. Klar geht's hier um. Warte, das ist ja ja... Very important. Important, important. Ich hab's genau gesehen, Niklas. Ich hab's genau gesehen. Ja, was denn? Hm. Da? Ja, muss. Ansonsten kommen wir nicht hoch. Eben. Nein. Ich glaub, da kommt er so oder so nicht hoch. Ne. Außer Niklas natürlich. Ja, und der Fussel. Oh, ein Duell der Duelle. Ja. Ich weiß nicht, was der geschluckt hat, der Typ, aber auf einmal kann der solche Spieler. Alter, ich rutsch gleich von der Tastatur ab vor lauter Schweiß. Dann hört man einfach so seinen Kopf aufknallen. Alter, die Pfoten sind glitschenaste. Sehr gut gemacht, Fussel. Sehr gut. Und du spielst, und du willst im Stream noch jetzt noch was spielen? Eieieiei. Ja, Fussel ist immer feucht. Wie funktioniert denn dieses Ding da? Ja, ja. Macht es einfach schwerer. Das ist in Ordnung. Da ist euer Fussel immer für zu haben. Nein. Oh, Leicht sind viele. Nein. Hu, hu, hu. Sehr gut, Niklas. Das ist der, was ich einfach mal hinlegte. Geil, O-Mart. Jules, wir beide sind underdogs. Was ist denn hier passiert? Nee, das weiß ich auch nicht. Oh, ha. Oh, ha. Jetzt kommt es ja gar nicht mehr oben hin. Muss Sven aber da... Hier? Meinst du? Ich würde da hinten, ich würde da hinten. Hier? So? Oder so? Nee, da hinten. Ja, ja, genau. So in die Richtung. Ja. Nein! Oh Gott, bin ich blöd. Oh Mann. Das sind auf einmal Gorilla. Safe net. das ist die stunde von niklas weiß das mit hinlegen das kann der niklas schon ganz gut was ist denn hier passiert nur ihr das nicht schafft ach komm das war das also bitte das war das einfachste nein ich hab zeit ihr dürft euch er ist ja zu einfach er ist auf jeden fall ein spiel wo freundschaften kaputt gehen wir sind freundet schult war echt hier wieder an mannometer ist das denn hier so schwer ja alter was ist denn hier passiert kann ich hier drunter bestimmt ich habe den extra so gesetzt dass er da drunter her kann manometer ihr seid aber auch irre ja ich sag mal fickt euch na warum ok mache ich gerne wow ihr habt ein paar lockt shops ja sie ist ja geil tschüss das ist ja ultra mega geil wo sie soll ich gleich zum zwischen vorbeikommen oder ja das sind so hindernisse wo ich dann auch keine lösung mehr habe da ist ein bisschen windig das ist ja langweilig ich komme nicht mehr hoch nein hast du es geschafft ich glaube du bist durch google mehr glück als verstanden der war ich gut boah leck mich an der eier das war bei ich das war dann aber schon wieder gezauberten mit den fallen alles mit dem schwarzen loch hat mir sehr gefallen das war richtig cool gemacht ich habe noch eine runde schafft man oder also wir könnten natürlich die chance bei genau 15 nutzen mal eben abzumotorieren haben wir genau 15 15 49 das ist eben durchziehen oder da muss aber immer schneiden schneiden ist mir so anstrengend leben ja kommt dann 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 sagt wir uns ganz herzlich für aufmerksamkeit hoffen euch hat diese runde wieder gefallen denn schweiß treiben war sie wir bedanken uns und wünschen euch noch einen schönen morgen mittag oder abend bis treiben tschüss 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 tschüss